So! Wir holen uns noch einen Anfang von League of Legends. Am Start mit Dominik und... Und Faker. Und Faker. Is it a real Faker, OMG? Yeah! Er denkt sich so, er macht jetzt einen auf die Mitte gegen Zed und wird gefürzt, Leute. Ne, ich mach den mal dran. Zed ja am Braun? O-A-N-K. Ah, wir haben den Korn, ich hab's nicht. Und First Item ist... Ohmzerstörer. Gibt's den überhaupt noch? Natürlich! Da ist er, der Ohmvrecker. Ohmvrecker! First Item ist... ...lettings. Nein. Was? Natürlich. Steady. Du brauchst erst zu überlegen. Ja! Nein! Oder? Nein! Was? Nein! 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 Wieso, wenn ich das nicht posten? Wehe, du baust böse, Alter. Wehe, du baust kacke. Wehe, wie, wehe, ich baue kacke. Ich baue immer kacke, weißt du doch. Ich weiß nicht, was die Frage ist. Nevermind! Ja, Top und Jungle sind pre-made, Alter. Alter, voller, war das knapp. So, erster. Erster Minion. Zweiter Minion. Easy! Und jetzt wird erstmal gecured. Oh, ne. Tatsächlich habe ich sogar full abgerumpt. Er hat, äh, Damage bekomme ich nicht. Ja, er ist, äh, sehr... Gut. Kicher, Kicher. Kicher, Kicher. Die ist ein Farm-Champ. Warten bis auf unser erstes Item und dann Full rein. Wenn ich dich nicht töte, tut es so. Nice. Ein Minion gefällt, ist nicht schlimm. Was sieht ihr denn Pro-Player mal? Ich hab doch gesagt, du sollst mich nicht zum Lachen bringen. Hinter dir. Ich bekam mein Auto-Tag nicht raus. Ich bekam mein Auto-Tag nicht raus. Ich bekam mein Auto-Tag nicht raus. Ich hab's alle predicted so im Fürstblatt. Die Sache, die Sache ist die. Ich bekam ohne Scheiß mein Auto-Tag nicht raus. Ach, du Scheiße. Scheiße. Okay. Was? Das ganze Blut, das du vergossen hast, hat mich verloren. Interessant. Definitiv. Der fängt auch mit dem Ruf an. Eigentlich gehört das dazu, den Forstblatt abzugeben. Damit der Gegner denkt man schlecht. Richtig. Gut gemacht. Ja, kein Problem. Das ist wirklich eine meiner leichtesten Übungen zu finden. Ja, ruhige Freistoffrüstungen. Du, du, du. Du, du. Das ist Level 3. Und ich hab ne Nachricht. Ich hasse diesen Game. Er hat mich jetzt da voll abgehalten, ihn direkt zu haben. Natürlich hab ich keinen Mana. Natürlich hab ich keinen Mana. Oh, heiliger Jesuitenstand. Und tschüss. Hier ist doch okay, wenn du willst, du. Ich würd sagen, das wird ein ganz düsteres Game. Nee, nein, ich hab den riesigen. Aber wir können den nicht. Also, der ist tot, Halper. Der ist tot, Halper. Der ist tot, Halper. Der ist tot, Halper. Der hat mich davon abgehalten, den Drecks zu machen. Ich hab ihn gekillt. Und ich hab den Zett gekillt. Ja, wer gesagt. Ich muss einfach nur so tun. Was hat der dir jetzt? Hä? Er hat dich angepingt. Du hast ihn angepingt. Das war schon so. Alles gut. Nein! Verhauen. Passiert auch. So. Wir gehen weg. Weil wir schon relativ slow sind. Halper, halper. Ich komm gleich mal drüber. Nja. Wie nja. Nja. Ob das so gut ist, den 2 Kills zu geben. Hä? Hast du doch schon. Achso, du meinst... Ja, danke schön. Hab ich verstanden, Arschloch. Habe ich verstanden, Arschloch. Ihr habt jetzt losgegangen. Klar, Lifestyle ist man. Mann, der ist böse. Der Ding ist fiel. Dad ist low, obwohl ich nicht... Ich hab der dich so ficken kann. Dieser auch ist so... Er hätt schon, muss ich sagen. Normalerweise nicht. Normalerweise ist ein Wook auch stärker. Normalerweise. Ach, ich geh jetzt auf Match-Up-Frau. Aber ist halt nicht Wook auch main. Der Wookong ist... Ich ganke. Ich ganke. Ich bin der Super-Ganker. Ich war aber kein... Hier. Bin dabei. Oh, ich hatt's auch wieder drauf. Stun ihn! Stun ihn! Da ist noch ein Kayn in der Nähe. Da ist noch ein Kayn. Ein Kayn in der Nähe? Okay. Ich muss wieder auf die Top-Lane, sonst... Ja. Wer?! Du Mongo, Alter. Der wär gebumpft worden. Das war meiner. Der war... Der war... Ich hab jetzt nicht genug Geld um mein Leiter verkauft, weil du ihn in Millions geklaut hast. Das stimmt gar nicht. Das war Protected, Alter. Das war mehr als Clown. So, jetzt mach ich den Drain. So, ich bin... Level 6. So, ich bin Level 6. Und nach dem Drain gehe ich mal nach oben. Weiß, was ich jetzt mache? Ich will den Kayn jetzt töten. Weil ich ganz genau weiß, was er jetzt macht. Nämlich du, um Red Buff. Ja, ich hoffe, den tötest du, weil ich jetzt, äh, Drain mache. Äh, ich denke mir gar nicht. Äh, der Zed kommt zu dir. Da ist geworden. Okay. Oh, da ist er ja. Da ist doch. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Auch die Borderlands. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Schaden drückt der bitte. Egal. That's not. Das ist immer mein Ziel. Hauptsache, meine Landing-Bot. Ui. Ja, Landing-Bot für mich nicht. Und den Red geklaut. Sehr gut. Nice. Ach, war kein Pink-Bot oder? Oder hat er dich das eingesetzt? Ich weiß es nicht. So, wir stehen 2-2 gegen 1-3. Wunderbar. Wir fielen hier richtig gut rein. Läuft gut, läuft gar nicht. Läuft absolut. Atem-Bär-Raubeend. Wunderbar. Würde ich aber auch sagen. Ich würde sagen, ab Level 12 können wir die Lane wechseln. Ja. Das war wahrscheinlich jetzt sein Ernst. Töten. Weiß noch. Puh. Dauert das nicht mal lange. Ist ja schon die Hälfte geschafft. Ja, später. Lauf schneller. Ist doch scheißegal. Doch. Jetzt hat er wieder seine Probleme. Jetzt hat er wieder seine Probleme. Also ich mach mal einen Drag für Top-Lane, ne? Damit er ein bisschen gegenquersen kann. Wo cheat'n der jetzt? Vielleicht kommt er nach unten. Ich muss überhaupt aufpassen. Ist da eine Blutspur in der Nähe vom River? Oh Gott, hast du da in der Mitte? Nein, mach ihn doch. Da war seine Pink. Oh Gott, da war seine Pink. Ich komm mal, ich komm mal, ich komm. Bluscrank. Komm mal, ich komm mal. Ich hab Ulti, ich hab Ulti. Geht rein, geht rein. Geht rein, wir sind tot. Was, warum? Warum macht er sowas? Komplashen. No, zwei. No, eins. Für den Kill. Ja, aber das hat nicht was. Doch, doch, für den Kill. Nein. Doch, 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 doch. Ist alles geplant hier, ist alles geplant. Der Gegner hat einen Turm zerstört. Der Gegner hat einen Turm zerstört. Fuck, ich hab voll meine Ulti vergackt. Was? Als ob der Cain hier meinen Rap macht. Da wüsste ich aber was von. Der Rumble hat keine ultimative Fähigkeit. Ich komm mal. Ich komm mal. Na, pass auf, Cain könnte auch hier irgendwo gehen. Check doch mal den Blus. Ich seh doch den Blut. Das Blut. Ja. Liegt doch gelogen. Nein. Jetzt hat er. Ja. Und, äh, du bist wahrscheinlich tot. Juhu. Genau. Ich hab Ultimate aktiviert. Ich seh aber den Blut nicht. Ich seh es nicht. Ja, aber ich seh es ja. Ja, aber das... Das seh ich nicht. So ist das. Du weißt, was du getan hast. Du weißt, was du getan hast. Ich bin ein... Affenkämpfer. Ich hab's nur mir selbst. Mich selbst. So geht das, Alter. Rumble hat einfach Sonjas. Warum hat Rumble Sonjas? Boah, leck mir doch die Eier, Alter. Alter, wie kannst du dich doppeln? Hilfe! Musst du den Bluten aufhalten? Irgendwas? Danke. Ich kann nicht wieder rein, ne? Ja, ich töte ihn. Der hat aber kein Geht. Ich töte ihn. Aber der hat Sonja. Jetzt will ich ihn. Gut Job. Ach, danke. Also, ich glaube, der kann sich jetzt wenig helfen, oder? Das ist doch lächerlich. Man, das ist doch lächerlich. Das ist doch lächerlich. Das ist doch lächerlich. Das ist doch immer wahr. Nicht wahr. Ne, ich mach. Ich bin der Türen. Was hat der gerade gesagt, nochmal gerade eben? Nja, er flampt nicht. Das ist kein Flame. Ach, ne Feststellung. Das ist wirklich kein Flame. Das ist Tilten. Ich mach mir einfach was wirklich lustig. Yeah! Also wenn man das als Clame bezeichnet. Außerdem war das ne Frage. Ist beleidigend. Ja, schön für ihn. Das ist so fucking unlucky. Das ist einfach so fucking unlucky. Mann, ey, jetzt immer mit. Das war ne gute Oldbraum. Wirklich gut. Ich mein halt echt nur. Wieso nur? Ah, dieser Sonias, Alter. Hat der Sonias auch? Ne, der hat noch Sonias. Ha! Ach, der Mini will doch auch gehen. Also die Tramara ist die ganze Zeit low. Hallo, ich muss doch auch gehen. Oh, da ist noch ein Infomerzeug. Ja, lass mal den holen. Lassen wir den holen, weil wir müssen jetzt Objectives, damit wir nicht komplett behind fallen. Oh, noch ein Weg. Achso, ach, ich dachte du wärst die. Also John, verdammt. Ne. Gute Metal Energy. Gute Metal Energy. Ja, ich bin noch dabei, Mann. Ich bin Monster. Ich bin Monster. Das fand ich, Mann. Das fand ich, Mann. Oh, mein Gott. Gott, ist da der für ein Smite gewesen, ey. Shame on you. Ich kann alles ... Deine Wurst aus Smite? Ja, ich meine mich auch selbst. Achso. Kiiihihi. Ich hab übrigens mein Blaine jetzt wirklich verloren, weil du den weggenommen hast. Oh, hier ist ein Rumble. Uuuuh. Die Stadt. Der ist gefeedert. Guck mal her, hier. Der Damage. No! Oh, nein! Der Rumble und sein fucking Sonjas, Alter. Das ist doch unglaublich. Ein Verbündeter wurde getretet. Der Junge lässt mir die Eier kratzen. Ohne Scheiße. Ist der Wahnsinn, der Boy. Ja! Die Kinder werden vorbei. Oh, oh. Der Rumble ist nicht mehr. Was ist denn? Weil du keine Geheimdienste hast. Weil du keine Geheimdienste hast. Der Rumble ist nicht mehr. Der Rumble ist nicht mehr. Der Rumble ist nicht mehr. Man hat mein Red geklaut. Wer hat denn mein Red geklaut? Nein, lass den weggehen. Lass den weggehen. Da ist ihm doch nichts klarer. Ich will nur meinen Fall haben. Ist egal. Ich wollte dir doch alles in alle. Was will dein Maul halten? Oh! Oh! Bin ein Superjeer! Deswegen nehme ich mir die Kabel. Da steht ja nur den Kabel, Alter. Was soll das? Hast du Level 10, Level 8? Wenn ich Level 12 bin, ich hätte gerne Löffel, hey! Ja, Löff! Oh, da sind die wieder so die... Mach halt den Blue, Alder! Kade! Okay, warte! Den hier, komm mal, komm mal, alle Top, äh... Komma? Komma? Wer macht ein Komma? Komma, Punkt. Wo? An welcher Satzfälle? Ja, das ist ein 2,3, Alder, Alder. Ich finde, ein Gegner wird zum Händler. Schaut mehr Speed. Und noch mehr Speed. Hi! Tschüss! 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 Ah, das dreht sich doch wieder alles in eine bessere Richtung. Ein Cain. Der stört. Ja, Sichy, alter, Sichy. Was? Sichy? Lebt denn der alte Holzsichel? Holzsichel. Holzsichel. Okay. Ja, er lebt noch! Er lebt noch! Er lebt noch! Das war jetzt wichtig, dass der direkt stirbt. Der Zed ist im Ding! Oh mein Gott, der Zed ist einfach todloh, alter. Komm, Cain stirbt noch! Nice! Oh, nein, nein, schnell! LOL! Woher kommt der einfach rausgesprungen? Gegnerische Doppeltötung. Ich stehe 4, 4, 4. Laufbelastkraft! Wollt er einen Minion haben? Und natürlich den Minion haben. Nice Belastkraft! Nice! Ein Gegner wurde getötet. Boah! Yee! The Main! Wo ist der Umrecker? Wo ist er? Der wird... Der kommt noch! Der kommt noch! Oder? Das ist noch genug! Das stimmt nicht. Ich hab nämlich einen besseren Itembild. Einen besseren! Ein OP! Das ganze Blut, das du vergossen hast, hat mich hergebrannt. Der Mann, der ich anst war, war mein erstes Opfer. Eine Verbündung, die getötet. Oh! Oh! War das Kno... Oh! Oh! Ah! Der hat mich ge... Na, hätte ich meine Rübs später... ...und dafür einfach zu müssen. Nee, später. Später. Als es denn sein Ultraweiß. Ja. Ich möchte anlocken. Holy moly. Nice! Ja! Ah! Ja! Please be careful. Be... refu! Ja, 30%! Kein! Oh! Ja! St duplic! Und... So, jetzt kann ich auch regieren. Wo ist die Party? Auflaufen mit der... Hier ist er weg. Na, die gehen aber alle irgendwie weg. Wurzulich geht da die Party ab und ab. Ich komme alle weg. Das ist, äh, einfach weggerackt worden gerade, ne? Deine Mutterskin ja. Äh, joa. Dabei haben wir die Drakes. Zwei starke und eine Cush, weil wir die T-T-T. Oh, leut. Am OP? Die Drakes machen sich halt einfach echt krass und krank bemerkbar. Doppeltötung. BP. Dominik. Dankeschön. Dankeschön. Versteck dich, Uwe. Ja, allein auf der Botline kann ich nix auch. Nichts, aber gegen drei. Äh, okay. Das ist eine Konstruktion. Okay. Okay, zwei. 125 Farms. Yeah, yeah. Oh, warte mal. Ich komm ran gestanden. Das ist ein Set. It's a Set. Oh Gott. Der Set will doch nicht. Komm! Ich hab gar nicht gesehen, dass Jim so los ist. Ja, okay. Oh mein Gott. Ich hasse diesen Sonjas. Ich hasse diesen Sonjas. I hate it. Bruh, I hate it, bruh. Nein, Digga! Oh Gott. Pass auf. Geh hin. Ohohohohoho. What? Wie ist die denn geplatzt, Alter? Gerade. Ich hätte den auch kriegen können, wenn ich, äh, ein bisschen später gecued hätte. Du solltest weinen. Du solltest weinen. Ich begleite, Mann. Du solltest weinen. Ich begleite, Mann. Ich war ein bisschen anlackig von mir. Weißt du, der Djinn 4-4 sagt zum, äh, Yi 7-10 useless. Findet ihr den Fehler. Oh nein, wie bin ich denn jetzt da angeflogen? Das war doch mega unlogisch. Ach, lutsch mir meinen Hoden, Mann. Oh nein, ich hasse mein Leben, Alter. Ich krieg's kotzen, Alter. Wieso fangen die Drake an? Oh nein, du solltest weinen, Alter. Oh nein, du solltest weinen, Alter. Du solltest weinen, du solltest weinen, Alter. Kurz eine Q in die Mitte. Und dann kommen wir kurz auf den Blue Rapper, mein ich. Ah, fuck. Fuak, das war nicht gut, dass ich, äh, äh, war's, äh, going again, äh, in der Kampf. Aber ich hab doch das Gefühl, wenn ich da mit E reingehe, und der dann in den Busch geht, dann geht der Schaden nicht durch. Weil ich grad auch keine Vision auf dem herzureicht. Der recht ist Drange. Da ist nur Tristana bei dir. Ach, fuuuu. Ja. 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 Dann probier's auch mal, ob man in Macedon war halt nicht. Hm! Pass auf! Pass bitte auf! Unter... Kontrolle! Ahhhhhhh! Wir müssen... ... ... ... Wie machen Barron? Na, kann ich überhaupt nicht. Soll ich den Drake machen? Ja, ja, geht, Drake. Wenn ich das schaffe... Na doch, bestimmt. Oder? Auf die Schnelle. Easy peasy. Ich komme, ne? Oh ja, den schaffe ich nicht. Okay. Ach nee. Äh, Ribble? Na, passt da bitte auf. Da kommen welche von der Botlane. Ich muss hier hoch. Ich habe nicht mehr von der Botantheknitzung. Oh, ich muss hier nicht mehr von der Botantheknitzung gehen. Und immer die Tostana dann im Schlepptau. Nice blue gesteilt. Alter, ich hab' noch dieses Game. Schwimmen ist einfach blue-steal. Ich hab' noch nicht mehr. NEEEIN! Der Pantel ist ja auch. 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 Ja auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und eigentlich muss ich mich ganz klären. Der Braum ist so useless. Man hat viel zu viel CDR mit diesem Scheißbild hier. Was ist das denn? Das war der Braum. Ich bin schon. Ich bin schon. Ich bin schon. Ich bin schon. Ich kann die Gäse. Hey, was hat der für einen Sidestep, Alter? Spostenkopf, Alter. Oho. Er lebt noch keinen, ok. Ich hab dich gewoneshotted. Ich wünsche mir jetzt so sehr, dass hier keinen rausspringt und den Jhin holt. Ich hab dich gewoneshotted mit der Q! Heia, Buzzer. Naja, hat man noch nicht gesehen, aber... Das war... Auf jeden Fall steht kein Bot-Lane, wenn ich Top-Lane pasche. Ja, macht weiter. Sehr gut, sehr gut. Sehr gut. Ich denk den. Ich halt den auf. Die Gegner kommen. Der hat mich gedingelt. Der geht jetzt auch zurück. Kriegst du einen Tower? Premium. Premium. Good Job. Ich kenne die Straßen von Zaun. Wie die Flöhe in meinem Pels. We can do it. Siehst du, auf einmal kriegen wir jetzt die Flame-Aufflung. Ne, nur durch diesen je Top-Lane-Push. Und mit-Lane. Mit-Lane. Na gut. Oder auch nicht. Das hat's nicht sein. Kann mir fast sein. Na gut. Zu risky hier. Pff. Junge, warum... ...haut er denn... Ach, ist das denn euer Ernst, Digga? Oh, ist das denn... Digga! Auf Touren gebracht! Wir sind hier im Unterzahl. Na, dieser Knock-Up von Kain, wie... Oh Mann! Nein! Oh. Mein. Ne. Fressen. Töten! Feinbar! Jetzt hab ich... Natürlich hab ich den T.A. Immer wenigstens Item haben, haben wir keine Lohnen. Stimmt. Warum machst du das denn auch? Wie geht's denn? Klar. Der wird da richtig, wenn er wollte. Also, theoretisch bräuchte... Theoretisch ist ja Defna angesagt und nicht reingehen. Das ist nicht pinbar. Ah, okay. Ist aber so richtig. Abastor hat die Unter-Attack-Rage gesehen. Bad Game. Schade. Weiter so schlecht das geht. Das ist gut.